Wie ist die Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammern? Rede und Antwort standen der Presse Christian Kripal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und Thomas Keimdorf, Präsident der Handwerkskammer Halle. Selbstverständlich bildete der Einfluss der Corona-Krise auf die mitteldeutsche Wirtschaft den Schwerpunkt. Zunächst wurde kurz die Situation vor Beginn der Corona-Krise beschrieben, gekennzeichnet durch einen Aufholprozess, zunehmende Beschäftigung, abnehmende Arbeitslosigkeit und eine stabile Bevölkerungsentwicklung. Die wirtschaftlichen Kennzahlen haben sich jedoch seit Ausbruch der Corona-Krise in einem bisher nie dagewesenen Maße verschlechtert. Ausdruck dafür ist der Absturz des Konjunkturklimaindexes der gewerblichen Wirtschaft von 71,3 auf minus 19,8 Punkte. Und so lässt es sich fortsetzen. Die Geschäftslage wird als deutlich verschlechtert eingeschätzt. Die Erwartungen brechen ein. Die Exporte schrumpfen, Investitionsplanungen werden nach unten korrigiert und die Personalplanungen deuten auf einen Beschäftigungsabbau hin. Tendenzen, die sich durch alle Bereiche der Wirtschaft ziehen. Ob Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Handel, Dienstleistungen oder Verkehrsgewerbe. Überall das gleiche Bild. Vor diesem Hintergrund fordern die gewerblichen Kammern für den Bereich Halle und Leipzig vor allem drei Dinge von der Politik, um die Corona-Krise zu überwinden. Zunächst sollen die Unternehmen durch Konjunkturimpulse gestärkt werden. Öffentliche Investitionen werden gefordert. Gleichzeitig müssten zusätzliche Steuer- und Abgabelasten für Unternehmen auf lange Sicht ausgeschlossen werden. Abschreibungserleichterungen, solche bei Rückstellungen oder auch die Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge sind weitere Forderungen. Als nächstes fordern die Wirtschaftsvertreter, die Belastungen aus der Energiewende zu begrenzen und den Strukturwandel der mitteldeutschen Kohleregion zu unterstützen. Hier geht es um Forderungen wie die Senkung der EEG-Umlage oder der Stromsteuer. Ebenso sollen Strukturhilfen dafür sorgen, dass die gut bezahlten Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie, die wegfallen, durch andere ersetzt werden können. Schließlich wird noch die Forderung erhoben, dass die Berufsausbildung auch in Krisenzeiten eine hohe Priorität bekommt und Fachkräftesicherung weiterhin strategisch betrieben wird. Vor einer vorschnellen Reduzierung von Berufsschulkapazitäten wird gewarnt. Außerdem wird für Offenheit bei der Gewinnung von Fachkräften aus anderen Teilen Deutschlands und dem Ausland geworben. Alles in allem befindet sich die Region in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, aber die Kammern haben Wege, um aus der Krise zu kommen, aufgezeigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.